Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Left 4 Dead 2. Wir haben gerade das Soundboard entdeckt. Alter, das ist so gepasst. Du, auch von mir und da herzliches Hallo bei der neuen Folge von Left 4 Dead. Wir haben mich gerade richtig gemacht. Ich glaube, dass wir nicht so viel fehlen, die sind glaube ich noch fortgeschritten, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ja. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal, wie angekündigt, sterben und dann stellen wir mal runter. Spielen wir nubig. Weil dann haben wir glaube ich die drei, vier Mal, die wir uns eigentlich mal irgendwann gesetzt hatten, erfüllt. Ne, ich sage mal, bei so Sachen, die nur wirklich zwei Dinger haben, machen wir das nicht. War der denn mit dem Unterstellen? Muni? Was? War der mit dem Unterstellen, aber was? Ups. Ne, mit dem Überspringen. Achso, ja. Ja, wir wollten eh nicht mehr so richtig überspringen. Ah, hier liegt er aus dem Brandenmuni. Äh, hier. Exklusiv Muni. Äh, da. Ringladung. Ja, meine ich doch. Ist auch exklusiv. Äh, ist der halt da tot oder? Nein, na doch jetzt. Was? Aber dann. Was ist das? Nein! Hä? Was ist denn du? Hä? Ich hänge. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Ich lade nach. Lade nach. Gut gemacht. Ähm. Jo. Ich fetsche mich mal da durch. So. Irgendwas in dem Lager? War noch was drin? Nö. Sieh ich mal nicht. Wieso ist das eigentlich mal leer? Das ist nicht voll defolierend. Bei mir war da so ne, äh, ne hier. Rohrbombe. Bei mir ist das immer leer. Bei mir war früher ne Rohrbombe da. Jaja, ärgert mich auch noch. Wir mussten eben in der Aufnahmepause so lachen, weil ich kurz AFK war, dann das Soundboard entdeckt hatte. Aus Zufall oder was? Ja. So, es war eigentlich, dass sowas gibt ja. Denk mal, das ist für die, die kein Mikro haben oder so. Ja. Ja. Hier liegt ne Sniper und ne Pistole. Wieso denn mich jetzt, wenn er was Sniper haben will? Hier. Wo ist der Sniper? Wo, 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 wo? Na, Dominic hat uns dann gefragt, ob ich da bin. Gewehr, yippie. Und ich hab dann einfach... Okay, was richtig ist hier. Ähm, ja, wo? Okay. Ist ja egal. Ähm, nicht, äh... Ich bräuchte bald Munition. Wenn jetzt hier jemand die Kanister abschließt, dann töd ich gleich. Warte ich nur ingame oder nicht? In GTA. Nein, vielleicht ne L. Du raus, wo er stirbt. Äh, wo er stirbt. Wo er lebt. Endlich. Ne, siehst, ich kann einfach in die Zukunft gucken und weiß einfach, wo er stirbt. Achso. Hier gibt's Waffen! Ja, wie sonst? Hallo? Äh... Probe Gott sagen. Danke, Thorsten. Bitte, 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 bitte. Stehe ich schon wieder an deiner Schuld, ich hasse das. Nein! Hilfe, Hilfe! Hi. Ey, hier dich kotze, wenn er wer haben will. Ne, danke. Ah, hier ist hier noch eine Rohukanatebombe. Die Granatebombe. Siehe nachdem du. Ähm... Ich bin im Kreis geraten. Die Bibliothek. Huch. Ist das eine Witch oder ist das vom Spiel? Was? Dieses komische Jaule eben. Ist das gleich vom Spiel. Okay. Wollte ich da nicht. Ist ja beides vom Spiel, aber naja. Oh, das sieht man hier so leer aus, macht mir Angst. Miau. Auch. Also, wir haben die Schwierigkeit nicht runtergestellt. Ich wundere mich jetzt gerade nur, warum das hier so leer ist. Bei mir sieht man es gerade eingeblendet. Was? Hier, wenn ihr Tab drückt, könnt ihr ja Schwierigkeitsgrad sehen und gucken, wo wir sind. Achso, da hab ich das hier sehen. Ich habe jetzt gerade voll die aufwendige Einblendung gemacht bei mir im Video. Achso. Einfach nur, damit du die Exklusivsachen hast. Ja. Da hinten kommt was. Ich sehe aber nichts. Da. Stimm ja. Ne. Sorry. Nicht schlimm. Ja. Man steht da im Weg. So, einmal pillen. Ja, war klar. Braucht die einfach. Keine Lampen. Keine Lampen. Die liegt da rechts. Ich wollte da gerade hingucken. Gute, dass ich gerade das gemacht habe. Äh, die KI schreckt die eigentlich außersehen die Dinger auf oder ist das zufällig? Was? Hier sind Waffen. Äh, ob die KI die Witch aufsteigt. Ja, wenn du drauf guckst ne längere Zeit. Ja, ich meine die KI. Wir haben ja hier einen Bot. Hier ist noch ein Adrenalin Pin. Ich habe keinen Platz. Spuckebombe. Ich bin auch voll. Wenn der Muni hat, komme ich gerne. Aber irgendwie... Hier ist oben Muni, wo ich bin. Danke. Ich bin wieder im Kreis geraufen. Äh, ich hänge noch irgendwo. Äh, feuern sie die Hauptwitz da ab. Dann wollen wir mal. Hat das funktioniert? Ja. Ah, das war unser Fehler von eben. Ne, ich habe es ja eben dann auch nochmal gemacht. Cool. Das liebe ich an den Bots. Warum? Wie dich einfach heilen. Äh, wo hängst du denn? Macht das schon? Okay. Ja, er macht es schon. Was? Er macht es hier? Nein. Denk falsch. Kann mir mal einer da den Zombie von hinten weg holen? Äh. Kann ich gerade nicht. Weg. Danke. Du hast ein Denk dran. Kann ich auch wieder überhitzen, ne? Na, die glüht schon. Knallrot. Äh. Ja. Ups. Zack. Leise lege ich auf. Ah, ja. Plan mit Thorsten. Nein. Warum liegt der jetzt beide? Ich wollte Francis gerade hoch helfen. Ja, gleich. Äh, ich bin drauf. Hast du Sachen dafür? Ah, Smokey. Stopp. Nein. Ne, ich brauche Medikit. Äh, hilft das Ding nicht? Höhle nur mein Leben auf. Entauschenbar, komm mal her. Nicht Muni. Oh, da ist er jetzt benutzt. Hab's benutzt, weil ich nicht wusste, ob's hilft. Ne, ich bin nämlich gleich weg. Auch weg. Ah, Defi. Dominik, kill mich und belebe mich wieder. Ich teile mich ganz kurz, warte. Warte, 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 warte. Wissen wir. Ja, kill mich. Jetzt einfach gerade die schönste Möglichkeit wieder Leben zu kriegen. Ja. Ah, und? Äh. Ah. Ah, da ist eine Wand. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Ah. Ja, ich segle da total verschoben nur. Weil hab ich ja auch gleich zu viel noch angegrotzt worden bin. Ah, Sherry, mir liegt auch. Ja. Na toll. Ach man. Bisschen rein hier scheiß nicht mehr. Okay, ich glaub wir haben jetzt grad ein bisschen was auswendet, aber naja. Du hast das gut. Gut. Äh, wo müssen wir jetzt weiter? Über die Brücke. Über die Brücke. Warte mal. Pass auf. Ja. Ich bin da scheiße nicht da. Brauchen wir auch noch ein Medicaid. Vorsicht. Es ist dein Hunter in der Nähe. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Ich hoffe, dass es nicht mehr weit ist. Ich hoffe, dass es nicht mehr weit ist. Ne, klappt nicht mehr. Ich hoffe, dass es nicht mehr weit ist. Wie lange machen wir nicht mehr. Da hinten musst du hin. Und ich bin tot. Äh, bei meiner Lächel liegt noch ne Rohrbombe. Alles klar? Ich hab noch ne Rohrbombe. Aber Thorsten nicht. Meine gerade weggeworfen gehabt. Wo müssen wir hin? Ich müsste glaub ich in die Lagerhalle. Nein. Pass auf, da liegt deine Witch, ne? Äh, Charter, Charter. Du hast ihn zurück. Oh, die Witch wurde auch noch aufgeschreckt. Super. Thorsten, pass auf. Ah, du hast den Schutzraum. Okay. Ich bin im Schutzraum. Dann mach zu. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Du musst, äh, Jeremy nur sterben. Hört sich krass an. Aber ich glaub das ist die beste Entscheidung. Dann stirb mal. Ja. Obwohl, die Witch rennen weg. Ja, aber der Charter steht vor Thorsten Stür glaub ich. Den hab ich abgeknallt. Ich bräuchte mal Hilfe! Ich guck mal bei... Ich guck mal, ob ich hier irgendwas sehe. Ne, bleib da. Bleib da. Okay. Bleib da. Dann warte hier. Also, dann lesen wir mal die Wände hier durch. Was war denn da? PS, I'm fett. Go back to Smith Poetry School. Dann führst du zu? Geht der Blows, ja. Ja. Erwebel ich so einen? Ach, stopp. Was? Schatter. Schatter. Irgendwer blows. Ja, so. Okay. Na ja, gut, dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Left 4 Dead 2. Weil ich muss grad überlegen, wie du das Spiel hast. Was spielen wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähhhhh. Fällt gut, dass ich jetzt nicht sterbe. Ich glaub Mario. Also. Ah genau, das ist Mario. Stimmt bei dir. Das gibt's ja auch. Tschüss. Ciao. Ciao.